Ich glaube fast, ich habe etwas vergessen, was verhindern könnte, dass eine Verbindung... Okay, never mind, never mind. Ich falle. Bin ich in einem Team? Wo ist mein Team? Wie soll ich da jemals unten ankommen? Auge des Sturms wird kleiner. Oh, das sieht doch gut aus. Komme ich da hin? Da komme ich hin. Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Ich muss nur versuchen, die Leute nicht zu töten. Ah, wieso komme ich da nicht rein? Ich kann doch da locker rein. Da drüben sind meine anderen Kollegen. E. E. Drückt halt. Was ist das? Wie gebe ich es auf? Clustergranate. Ein Ziegelstein. Okay, äh. Ich ziehe mich mal kurz zurück. Ui. Aha, schöne Animation. Ah, das ist die Spitzhacke. Habe ich jemanden gehört? Wahrscheinlich nicht. Nehmen wir es. Was ist das? Was ist das hier? Äh, das muss die Clustergranate sein. Das ist eine. Aha. Gut. Das Ticken der Rohr hat mich beunruhigt. Ich dachte, das wäre ein Schwert oder so. Ich habe 5 H. Nein. Wie benutze ich das denn nochmal? Äh. Spitzhacke. E. Truhe öffnen? Ich kann sie nicht öffnen. Ach, ich sollte vielleicht auf die Spitzhacke wechseln. Okay. Rucksack voll. Schärfsitzen, Zielfernrohr. Keine Ahnung. Nehmen wir es. Okay. Wie eröffnet mich mit Tapp? Mit Tapp, Tapp. Was war das? Trifft Gegner mit verschiedenen Waffentypen. Da hinten bewegt sich jemand. Oh, sie sind tot. Ach, das heißt es. Jäger in Damage Adlauge. Wechseln mit E. Okay, ich habe es genommen. Das ist besser, oder? Das ist grün. Und, komm, 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 komm. Zielfernrohr. Erhöht die Nacht. Nein, das ist besser. Und es hat auch Burst. Das ist ein Hut. Gewesen. Ich stehe hier im Felde. Irgendwo kommt Musik her. Ah, nie Musik. Ich weiß, ich stehe hier im Offenen. Okay, ich gehe noch ein bisschen auf 1. So. Ich verstehe noch ein bisschen meine Deckung. So. Gut, ich kann es schon mal ein bisschen... Das ist... Ey. Das bauen, trainieren. Oder? Was macht die... Okay, da tickt es vor sich hin. Ich nehme mal die 4. Ach, das werfe ich. Das ist kein... Okay, das werfe ich. Äh, bauen wollte ich. Und zwar... Einmal mit X. Okay, jemand kommt. Okay, ichoperation. Ja. Was ist das? Hm, gar nicht mal so übel für eine erste Runde. Hm, ja. Durch Courtless Nurse, eliminiere einen Gegner innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du Barren aufgesammelt hast. Aha. Eliminieren die gegnerischen Spieler. Okay, das ist der Rest. Neun Barren gesammelt. Aha. Zurück zur Lobby, würde ich sagen. Das war meine erste Runde. Gar nicht mehr so schlimm. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Barren auszuprobieren. Zurück zur Lobby. Habe ich jetzt ein Leveler bekommen? Ich habe ihm noch Level 1. Aber ich habe fast Level 2 erreicht.